Eine amerikanische Ikone, Betty Boop, wird auf der Vivi App droppen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den bevorstehenden nächsten relativ guten Comic Drop an, sowie auch noch viele weitere spannende Themen, das und noch sehr viel mehr jetzt ins Video. Betty Boop wird auf der Vivi App erscheinen und sie ist wirklich eine absolute Ikone im amerikanischen Raum. Die Cartoon-Figur wurde in den 1930er Jahren das erste Mal auf die Bildfläche gebracht. Damit markiert sie nicht nur den Beginn von Animationsfilmen, sowie zum Beispiel auch von Steamboat Willie, sondern hat auch die amerikanische Filmgeschichte auf jeden Fall bedeutend beeinflusst. Und dementsprechend ist es noch umso cooler, dass wir diesen Drop jetzt auf der Vivi App sehen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das Ganze wird jetzt am Sonntag, dem 14. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Wir werden insgesamt vier Collectibles sehen und die würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt einmal an. Das Ganze ist von Fleischer Studios und genau, der Name heißt wirklich so. Also ja, das ist Fleischer Studios. Ankommen haben wir als erstes. Das Ganze wird einen Listenpreis pro Blindbox von 20 Gems haben. Unter anderem hier eine Edition-Zeit von 1555 Stück. Das ist erstmal das Erste, was wir bekommen werden. Als zweites haben wir dann hier eine Rare. Diese wird eine Edition-Zeit von 1333 Stück haben. Unter anderem natürlich hier auch alle eine First Appearance. Als nächstes haben wir hier noch eine Ultra Rare. Diese wird eine Edition-Zeit von 1111 Stück haben. Und als letztes haben wir dann noch eine Secret Rare. Und diese ist unter anderem mit am ikonischsten und wird hier eine Edition-Zeit von 555 Stück haben. Insgesamt ist es auf jeden Fall ein sehr spannender Drop. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. Auch damals war in dem Segment Animationsfilme. Und von daher hat das auf jeden Fall auch meiner Meinung nach geschichtliche Relevanz. Und wir sind jetzt auch tatsächlich auch nicht mal so weit vom Hunderten entfernt. Insgesamt jetzt noch sieben Jahre. Und von daher möglicherweise für den einen oder anderen doch relativ interessant. Ihr könnt aber auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Betty Boob kennt oder nicht. Mich persönlich würde es auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie viele Leute diesen Charakter kennen. Ich persönlich habe ihn zum Beispiel davor nicht gekannt. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop, der vor der Tür steht. Und das ist Ultimate Comics Spider-Man Hashtag 1 aus dem Jahre 2011. Und hier werden wir die First Appearance auf Paula Aaron Davis. Und The First Issue of Miles Morales sehen. Und wir wissen ja alle, dass Miles Morales auch schon auf der VB-App existiert. Und ja auch nicht gerade günstig gelistet ist. Und dementsprechend ist dieses Comic noch umso interessanter. Wir haben einmal fünf Cover natürlich wie immer. Und dadurch, dass es ein relativ neues Cover ist, sind das hier natürlich auch keine exklusiven Comics, die wir hier sehen werden. Beziehungsweise keine exklusiven Cover. Aber das Comic ist trotzdem sehr, sehr spannend. Denn wenn man sich hier die Daten auf Go Collect einmal anschaut, dann sieht man doch, für eine 9.8 wird hier schon 500 Dollar verlangt. Und was man hier im Kontext sehen sollte, ist, dass wir hier 583 Grades haben und insgesamt 183 Sales. Und der 1-Year-Average liegt hier bei etwa 623 Dollar. Und das muss man ganz klar sagen, ist für ein neues Comic ist das schon sehr, sehr, sehr stark. Unter anderem, wie gesagt, man muss hier auch noch die Grades mit einbeziehen. Die sind schon relativ hoch. Und dann hier 500 Dollar für so ein neues Comic ist das definitiv nicht schlecht. Und gleich ist hier auch bei einer 9.6. Hier haben wir 1003 Grades, 357 Sales und hier auch 180 Dollar. Ist natürlich deutlich geringer vom Preis, weil hier die neuen Comics sehr häufig eine 9.8 bekommen. Aber meiner Meinung nach deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Comic, was wir sehen werden. Und möglicherweise auch ein Comic, was sehr unterschätzt auf dem Vivi-Market sein könnte. Das Jahr 2024 startet natürlich auch wieder, wie versprochen, mit dem Collector Talk. Und dementsprechend wird es heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit auch den ersten Collector Talk in 2024 geben. Zusammen natürlich wie immer mit Chris Vivi-Reisen und Enrico. Thema wird unter anderem sein, wie wird Augmented Reality VR das Sammeln insgesamt verändern und was für andere Einflüsse können. Und wie können natürlich auch insgesamt VR Augmented Reality unsere Gesellschaft verändern. Deswegen schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar zu der Apple Vision Pro. Und das knüpft zu dem letzten Punkt ganz gut an, wo ich jetzt gerade war. Nämlich zur Augmented Reality VR Livestream heute Abend. Und ja, die Apple Vision Pro wird jetzt im Februar gelauncht werden. Erstmal nur in den USA. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein interessanter Schritt und auch ein wichtiger Schritt hier, was die Mass Adoption von diesen Produkten angeht. Und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Leider, wie gesagt, erstmal nur in den USA verfügbar. Ich denke aber mal gegen Mitte des Jahres, dann hoffentlich auch in Europa. Und ansonsten noch eine weitere sehr positive Nachricht, die sehr allgemeine ist. Natürlich nicht auf Vivi oder OMI bezogen. Aber die SEC hat alle 11 Spot Bitcoin ETFs zugelassen. Und das bedeutet natürlich auch für den Bitcoin enorme Zuflüsse an Geld. Aber natürlich auch insgesamt für den Kryptomarkt, weil es dadurch einfach nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch bei OMI davon ausgehen, dass wir in den kommenden Wochen oder auch Monaten hier auf jeden Fall auch eine gewisse Reaktion sehen. Man hat momentan auf jeden Fall schon gesehen, dass viele Altcoins teilweise 10, 20, 30 Prozent gepumpt sind mit diesem ETF Release. Aber OMI tatsächlich ziemlich weit nochmal sogar abgesackt ist momentan und momentan mehr am Stehen ist als eigentlich am Rennen in irgendeine Richtung. Von daher müssen wir uns da momentan aber noch gedulden. Ich hoffe jedenfalls, dass wir dann jetzt auch in Oxia einige sehr gute Announcements bekommen, was dem Ganzen dann doch wieder ein bisschen Stärke verleiht und natürlich dann auch für den Bullrun Dolch nochmal ein bisschen attraktiver wird, dass Leute doch nochmal auf OMI aufmerksam werden und das Ganze auf jeden Fall nicht komplett den Bach runtergehen. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche dir noch da draußen einen wunderschönen Morgenmittag am Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.